Hu, ich bin Manuela Starkmann und medialer Heiler. Ich liebe es, Menschen auf ihrem Weg zu ihrer Klarheit und Selbstheilung begleiten zu dürfen. Auch gerne durch diesen Podcast Lebe Deine Klarheit. Ich habe gerade eben wieder eine Eingebung empfangen. Ich glaube, die geistige Welt möchte was über Narzissmus sagen. Und in dem Fall bin ich mal wieder der Bote. Mache ich total gerne und mir fällt auch auf, dass ich, wenn ich zurzeit bei YouTube reingehe, ständig auf der rechten Seite so viele Videos angeboten bekomme mit was ist Narzissmus, wobei das meistens recht wenig ist, sondern eher wie man mit Narzissen umgeht, wie man Narzissen erkennt. Und ich denke mir irgendwie, was passiert denn da? Also das, was bei mir ankommt, ist, dass es gerade Thema ist. Diese Videos werden sehr abgefragt. Warum ist es gerade Thema? Also zum einen ist es ja auch ein rationales Abchecken à la, ist man gegenüber einen Narzisst? Und was macht der? Und was macht das mit mir? Und weißt du, da sind wir schon wieder mal so in diesem Rationalen. Und wir sind auf der Schiene Ego. Wichtig, ich habe gar nichts gegen das Ego. Auch das wird so gerne verteufelt. Nö. Um überhaupt ich bin sagen zu können, was ich sehr spirituell wahrnehme, braucht es auch ein Ego. Ich bin inkarniert in einem Körper. Aber erste Person Singular ist ich. Also ist das völlig in Ordnung, sich mit seinem Ego zu beschäftigen. Es ist halt wie bei allem im Leben. Was zu viel ist, ist nicht mehr gesund. Und zu viel Essen macht sowohl den Menschen fett und zu viel dem Ego geben macht das Ego fett. Und dann ist es eben nicht mehr gesund und dann ist es und man nicht mehr in der Mitte. Aber worum geht es denn jetzt? Geht es jetzt wirklich um den Narzissten zu erkennen oder geht es darum, was macht es mit dem Menschen, der einen Narzissten erkennen möchte? Und ich finde, man kann es extrem pragmatisch lösen. Offensichtlich nehmen wir mal an, du bist derjenige, der Narzissten erkennen möchte. Hast du doch eine Situation, mit der es dir nicht gut geht. Einen Menschen, mit dem es dir nicht gut geht. Würdest du auf dem heißen Ofen sitzen bleiben, wenn es dir da nicht gut geht? Das ist fast eine rhetorische Frage. Nein, natürlich nicht. Warum brauchst du denn dann und deine Ratio Erklärungen, was Narzissmus ist, was einen Narzissten ausmacht und was ein Narzisst macht, um dich für sich zu gewinnen? Und was weiß ich, ich habe die Videos nicht angeguckt. Ich finde es auch nicht wichtig, weil ich kümmere mich nicht um die anderen, sondern ich möchte dir Heilung geben. Und wenn doch diese Situation und dieser Mensch nicht zu deinem Wohle ist, dann geh halt von dieser Herdplatte runter. Wenn du dein bester Freund wärst und der würde dir eine Situation erzählen, wo er sagt, im übertragenen Sinne, ich sitze da auf einer heißen Herdplatte. Dann würdest du doch, insofern er sich einen Rat gewünscht hat, also aufgefordert, also viele hauen ja die Ratschläge einfach mal so unaufgefordert raus, davon rede ich nicht, sondern ihr seid gut befreundet und er sagt, Mensch, ich habe da ein Thema und mit der Situation und mit dem Menschen geht es mir nicht gut. Ich sitze da bei dieser Situation auf einer heißen Herdplatte, dann würdest du doch nicht sagen, musst du länger ausharren, musst du erst mal analysieren, musst du erst mal abklären, ob es überhaupt eine heiße Herdplatte ist, musst du auch erst mal klären, ob die Herdplatte heiß ist oder ob es vielleicht deine Schuld ist, dass du einfach zu wärmeempfindlich bist. Theoretisch kannst du dich jetzt gerade gringelig lachen. Und genau so pragmatisch ist übrigens ein Guiding, ein Healing bei mir. Es ist nicht dieses riesengroße Fragen und Bohren und das ist Therapie, da habe ich nichts mit am Hut. Mit Coaching auch nicht, mit Mentoring auch nicht. Guiding, Healing ist meins. So, und dieser liebe Freund, der würde dir sagen, geh von dieser scheiß Herdplatte runter. Es ist total egal, wie du es rational analysierst. Es tut dir doch gerade nicht gut. Der würde vielleicht sogar sagen, Mensch, wenn ich dich anschaue, du bist gar nicht mehr so fröhlich wie sonst. Ich habe jetzt nicht gewusst, worum es geht, aber ich habe wahrgenommen, dass du nicht so freudvoll bist, wie ich dich kenne. Hallo, da brauchst du keine Analyse. Und der auch nicht. Geh von dieser scheiß Herdplatte runter. Also, es ist ja ganz süß, dass das Angebot gemacht wird, Narzissmus und Narzissen zu erkennen, aber weißt du, ich möchte dich dahin führen, dass du nicht deinen Kopf weiterfütterst, sondern in deinem Gefühl, in deiner Klarheit, in deiner Intuition bist. Geh von der Herdplatte runter. Das wirst du jetzt, solange ich den Podcast mache, und eigentlich ist der schon längst fertig, weil du hast schon gelacht vorhin, wiederholen, wiederholen, wiederholen. Weil Wiederholung ist gut, und zwar von heilsamen Aspekten. Und das ist heilsam. Und ja, möglicherweise fragt jetzt deine Ratio, wie geht das und wie mache ich das und welche Fallstricke, was könnte, quak, 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 quak. Ja, irgendwann geht's ans Umsetzen. Im ersten Schritt geht's aber immer um die Klarheit. Und wenn du für dich merkst, heiße Herdplatten und ich passen nicht zusammen. Ich hab paar Brandwunden von anderen heißen Herdplatten. Jetzt krieg ich grad eine neue von einer neuen heißen Herdplatte. Dann willst du es weder analysieren, noch willst du jetzt überlegen, wie komme ich von dieser Herdplatte runter und sollte ich es überhaupt wagen? Oder ist es doch sicherer, auf der heißen Herdplatte auszuharren, weil sie wärmt ja auch, also hat ja auch was Positives in dieser Scheiß-Situation. Sondern gehst du runter. Und jetzt nochmal, noch pragmatischerer. Nimm doch, solltest du mit jemandem zu tun haben, der nicht gut für dich ist, dann seh es doch wirklich als heiße Herdplatte. Und dann hast du nämlich rational schon die ganzen Themen erledigt. Weil, wär's der Freund, der dir das sagen würde, oder du der Freund für jemand anderen, ist mir wurscht, wie rum du es drehst. Hauptsache ist es klar. Oder es ist eine heiße Herdplatte. Würdest du überhaupt nicht dieses Rationale für Kopf herum machen? Dann würdest du machen. Also bitte, mach doch. Und nur bei Asterix und Obelix besteht die berechtigte Angst, dass einem der Himmel auf den Kopf fällt. Ansonsten, ich bin mir da ganz sicher, tut der das überraschenderweise nicht. Also mach. Du kannst nichts falsch machen. Du kannst nicht verlieren. Das sind Suggestionen, die dich in doofen Situationen, bei ungünstigen Menschen und auf heißen Herdplatten halten sollen. Du bist doch klar genug, weise genug, im ersten Impuls zu erkennen, was zu deinem Wohle ist. Und ganz einfach ist es das nicht, lass es. Und das ist das, was wir in liebevoller, kurzer Klarheit rüberbringen wollen. Wenn du dennoch das Gefühl hast, du wünschst dir, ich sag's jetzt mal so, für den Anfang, um in den Schwung zu kommen, Unterstützung. Du findest mich immer auf meiner Homepage manuelastarkmann.com. Du kannst auch zum Beispiel zu meinen Events kommen. Wenn du sagst, ah, Guiding wäre cool, da habe ich es ganz individuell, hurra. Wenn du sagst, oh, Event, Mensch, da gibt es zum Beispiel, löse deine Fesseln. Da kann ich einfach mal so Grundthemen hören und überlegen, wie kann ich mich lösen. Dann machst du das. Bei der Frage Schokoladenkuchen oder Käsekuchen ist übrigens meine Antwort immer beides. Anyway. Das, was, denke ich, wirklich als Botschaft geliefert werden konnte, ist, geh von der heißen Herdplatte runter. Und dabei wünsche ich dir sowohl viel Erfolg als auch viel Spaß, weil darum geht es im Leben. Und bis wir uns entweder über den Podcast wiederhören oder noch besser wiedersehen, wünsche ich dir alles Liebe, Gesundheit und Frieden. Dein medialer Heiler Manuela Starkmann. Liebe, deine Klarheit.